Dass sich Arne Löber beim Thema Familie so offen zeigt, hätten die Sturm der Liebe-Fans sicherlich nicht gedacht. Der Schauspieler, der durch Hot oder Schrott bekannt wurde, spielte in Staffel 17 der Serie Hauptcharakter Florian Vogt. Jetzt kehrt er für kurze Zeit ans Sturm der Liebes-Z zurück, wo er auch auf seinen TV-Bruder Erik, gespielt von Sven Wasner, trifft. Zu seinen eigenen Brüdern hat Arne ebenfalls ein sehr gutes Verhältnis, wie er gegenüber Bunte erzählt. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern und da bin ich auch sehr dankbar für, so Sturm der Liebe-Star Arne Löber. Deshalb sei er sogar in die Nähe seiner Familie gezogen, um weiterhin engen Kontakt mit ihr haben zu können. Zwar könne er gut mit seinen Brüdern quatschen, ein Thema kommt bei Familie Löber jedoch weniger auf den Tisch. Beim Thema meiner schauspielerischen Arbeit habe ich gemerkt, dass meine Familie da nicht immer unbedingt der beste Ansprechpartner ist. In diesem Fall wendet er sich lieber an seinen Freundeskreis. Trotzdem freut er sich über Tipps seiner Eltern, die ihm oftmals wertvolle Einsichten mit auf den Weg geben können. Arne scheint sich für die Beziehung von Florian und Erik bei Sturm der Liebe also von seinem eigenen Familienleben inspirieren gelassen zu haben.